herzlich willkommen zu meintest ja das ging jetzt ein bisschen schnell tatsächlich das letzte mal meintest let's play aufgenommen habe ich vorgestern und gestern war das mein klon let's play dran ich habe also quasi drei wochen nehme ich innerhalb von drei tagen auf einfach wegen weil ferien und passt halt gerade so die erste session hat er bereits hochgeladen die zweite session ist auch gerade erst am hochladen sieht man die auch am upload ja dementsprechend bisschen weird ich weiß also noch genau was wir getan haben fast genau nicht wirklich aber ich weiß was wir auf jeden fall vor hatten und was wir machen werden das hatte ich mir vorgenommen hatte ich das das wollte ich schon immer mal machen und zwar besuchen wir inhalt online inhalte das ist ein neues feature von lalilu meintest 5 jetzt kann man hier nämlich innerhalb dieses ich gehe noch mal zurück wie gesagt hat man hier ganz normal sein sein lokales spiel kann man auch als server spielen gleichzeitig und andere join können kannst du auch gleich ankündigen alles blablabla das war schon vorher auch so weines meines achtens nach dann kann man hier ganz normal online spielen das was wir hier auch machen indem wir hier lokal spielen und wie gesagt noch hinzukommen ist das hier und hier kann man praktisch online spiel ja doch online inhalte hinzufügen und wir wollen zum beispiel ein texture pack hinzufügen hier kann man wie gesagt spiele machen da habe ich halt dieses meint klonen hier gleich mit bei nutzen wir jetzt zwar nicht weil ich ja hier online nur spiele aber egal aber was ich nutzen wäre es das hier und zwar das hier pixel perfektion das ist ultra nice hat auch ein gegenspieler und zwar hat installiert hat installiert gibt es dafür ein gegenspieler das heißt mt g4 mt mt g4 mc2 gibt es hier allerdings noch nicht in dem online repositor mit das ist schade denn wir sind das also noch mal manuell holen das geht dann also hier mein klo quatsch meint das geld von meint und zwei kommt ist doch richtig gerade nicht als die hier hat dabei die zweite session hochzuladen hier mit dem mein klo was ich gestern aufgenommen habe ja ist alles noch ein bisschen ist gerade hier wer weiß vielleicht nämlich die restlichen elf tage und auch für die nächsten elf wochen denn auf so voll in fahrt meinte ich mache jenige alter forum 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 nein nicht anime forum kann was neues nein nichts neues schade la 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 volka ist alles korrekt was ich besuche ist das hier mein test game vor michael 2 habe ich das gerade falsch habe ich das gerade falsch bin ich jetzt komplett behindert geht das da will man einmal was zeigen ja komplett falsch das wird komplett falsch ..aah so easy texturepacks god ist denn hier los so da da mein test game vor Was soll denn das L da bitte sein? Da hat sie von dieses Klonen extra noch das L mitgenommen, um mich zu verwirren. Diese kleine Schläpfe. Ich schwärze hier richtig hart. Okay, gut. Dafür brauchen wir. Ja, easy. Beziehungsweise wir können aber ganz kurz gucken, ob es hier mittlerweile eine etwas... Ach, ist doch scheißegal. So, jetzt nehmen wir nämlich unser... Nein, wir nehmen einmal unser Home-Verzeichnis, Knopics und da drinnen Let's Play. Genau, wir müssen hier drinnen landen. Easy. Und jetzt schieben wir das einmal hier so rein mit modernen Drake & Do-Up und entpacken das Ganze. Easy. Warum auch immer es gerade so lange gebraucht hat, ich habe keine Ahnung. So, jetzt können wir nämlich... Let's Play starten. Jetzt haben wir hier diese Texture-Packs und das ist jetzt wie folgt. Pixel Perfection ist das Texture-Pack, was was Wuzi für ihren Mind-Klon benutzt. Das heißt also, wir können dieses Pixel Perfection, was es hier ganz normal im Online-Store gibt, benutzen, um, wenn wir jetzt hier unser Online-Zupper betreten, haben wir die Texture-Pack-Klon und die Texture-Pack-Klon zu haben. Oh my fucking God, I am fucking, äh... Ja. Digga, guckt euch das an. Fühlt man sich gleich 1 zu 1 heimisch. Ja, das ist wie gesagt dieses Pixel Perfection, dieses Texture-Pack ist genau das, was halt Wuzi auch benutzt. Äh, original nutzt sie halt diese Texture-Pack und nutzt es halt für ihr Mind-Klon. Die Beispression kommen natürlich um die Texturen alle bekannt vor, weil die kennen wir alle 1 zu 1 aus dem Mind-Klon. Ähm, und jetzt ist auch noch was und zwar hat sie wiederum einen Texture-Pack erstellt und das ist nämlich das andere, das hier, was sie erstellt hat, das ist, um auf mein Klon wiederum, also hier unser Mind-Klon-Server, um da wiederum ... 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 kronwelt ich habe keine ahnung wie das mit dem display ja mein kron mit dem weiter sex text textur also wir haben definitiv ja ich weiß gerade gar nicht warum ich überhaupt darauf kam was wir machen wollen wir gehen natürlich ganz normal hier auf unsere let's play welt und ich bin jetzt natürlich ganz normal mein test so weiter was habe ich getan jetzt sind wieder raus verstehe ich nicht so okay wir waren dabei und wir haben auch jetzt ab und haben wir nicht eingepflanzt was mache ich denn die verscheidung alles weiß das ist geil oder würde ich auch nicht freuen okay wir haben gut viel weiß weiß ich meine natürlich baumwolle ich weiß gar nicht 120 pro tasche wenn ich jetzt nicht komplett falsch liegen egal seht ihr das ist das was ich meinte ja gerade nur hier und jetzt habe ich verdoppelte deswegen umso mehr man hat umso stelle wächst natürlich immer an weil es wächst ja prozentual quasi ja hier ist auch wieder alles gelb aber das sind wir jetzt nicht aber ernten wir haben mittlerweile echt mehr als genug brot das dauert einfach nur zu lange so mal gucken wir haben 60 stück können wir uns ja tatsächlich schon fast die erste tasche bauen oder ja dann server was ist los mit dir ähm ah bauen haben wir auch und wie können wir daraus machen so ja wir können also unsere erste tasche bauen ist das geil okay da tun wir das am besten auch ich weiß nicht mehr wie das geht wir brauchen erstmal das dann das dann das dann das dann das easy 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 dann brauchen wir ist natürlich scheiße 3 zu viel also nicht zu viel teilbare zahl ihr wisst was ich meine easy ok jetzt brauchen wir das 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 dann muss das da drüber nein ähm jetzt hab ich gemacht sehr traurig oh fuck gefickt ich versterben ok ja das hätte ich dann damit also quasi schon erledigt ich habe aus versehen ja ich sollte nicht erst gucken dann kräften danke lieber ronni voll idiot gut wir machen jetzt endlich weiter mit unserem dach da haben wir jetzt den roten stein gesammelt wo wir dummerweise die zwei folgen lang wie blöd holz gesucht haben so du kommst noch da du kannst 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 noch da 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 äh da 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 äh was denn hier brauchen wir können wir gleich unser Missgeschick weg machen äh 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 ach jetzt komm jetzt boah easy einscheinlich zu viel Leckung okay renn das ist aber so extrem viel Energie verbraucht Hä, auch linkklicken Degger ok wir haben naja ein dazu bekommen wir bräuchten aber mindestens ja okay also noch ein bisschen warten bis wir die nächste furie ein fuhre einfahren quasi das schöne tat dass wir schön da an dem baumwolle zwei fälte bauen dürfte das auch so relativ gut wachsen während wir hier aktiv sagt du scheiße komm 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 scheiße wir haben kein essen aber warum wir haben wir nicht mehr laufen also rennt ist ja gut ist ja gut ist ja gut ist ja gut was essen wir oh mein gott oh mein gott und dann so hart sterben bitte danach da ja das rendet ist komplett unausweglich das verbraucht so fucking viel hunger verbraucht es ist es geht so tierisch auf alle ressourcen die wir irgendwie besitzen das ist so nicht nett okay wir haben folgendes wir haben das hier ja und mit dem können wir jetzt quasi haben wir erde dabei wir haben bestimmt keine erde dabei zum glück haben wir zufälligerweise wurde dabei jetzt ist die frage geht das menschen mal doch doch okay das kann schon wie dem die wolle nicht nicht wieder auf das wäre katastrophe jetzt macht das schon mal nicht vor allen dingen was mich in vor allem äh hä 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 nein wieso haben wir dieses äh dinkse muss er wieder aktiviert äh äh ich krieg ne krise briefs briefs wog komm ich kann eben mehr schreien hier schreien transparent äh invisible Volker, Invisible, okay, ich will sterben, Alter, ich will einfach nur noch sterben, danke, quälte wieder vielleicht, danke, ich hab gebockt, ne, komm, bleib ehrlich, ja, ich hab's immer noch, er ist nur hier rausgenommen, guck mal, ist heute nicht mehr da, ich glaub ich werd die mod runterschmeißen, das ist, also jetzt fürs let's play, darf ich nicht die kacke immer, wenn ich administriere, die mod wieder installieren, und immer wenn ich the space mache, darf ich die mod erst mal deinstallieren, ist das behindert, oh man ey, so, automatisch anpassen tut das nicht, das ist schade, jetzt bin ich wieder auf 180, jetzt bin ich wieder richtig fuchsteifel zu wild, wir haben keine Spitzhacke, okay, gut, äh, Eisenhammer war nicht gebrannt, was aussieht, wir haben auch nicht mal allzu viel, wär cool, wenn wir mal bei unseren Höhlen tun, ein bisschen Eis, ach so, doch, haben wir doch, hab halt nur noch nicht gebrannt, okay, dann schmeißen wir mal davon die Hälfte rein, ach ja, siehst du, ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist, ach komm, ihr wisst, warte, hier kommt einfach alles, fuck you, so, okay, ähm, Eisen, wir brauchen, nein, wir brauchen, nein, hä, ich hab noch das Giftmikbrief, das ist jetzt hier alles falsch, ich glaub ich hab mir Sachen genommen, ah, keine Ahnung, okay, müssen wir also aufpassen, nicht, dass wir uns auch so auswärtslichen Sachen geben, also, so, danke, okay, äh, ja, du bruttest schön vor dir hin, sooo, dann wollen wir mal, okay, ja, dass das hier natürlich nicht fußt, das ist natürlich tragisch, Sollen wir das denn bitte schon ohne Schleichthafen benutzen, das gibt's doch ja nicht, Ah, ich werd das so hassen, ich werd das so hassen, Okay, das ist dann wohl wieder kurze Folgen, warum auch immer, will mich heute Mindset komplett verarschen, so, wie ich Mindset kenne, weil kann ich diese hier auch nicht anbauen, nein, kann ich natürlich nicht anbauen, Weil das nämlich Sinn macht, Ah, okay, wir brauchen Kisten, So, gut, Kisten aber keine mehr, So, Und jetzt verpässt ich, voraus aus meinem Leben, So, jetzt muss ich nur gucken, wie das Ding funktioniert hat, Ich weiß das nämlich nicht wirklich, also hier war der auf jeden Fall etwa linksklick glaube, You have no further, no, klar, Kommt, wo war denn das jetzt? Ah, okay, gut, und jetzt, Ah, sehr schön, So, komine sei Dank, Die Mod rettet mir gerade so ziemlich mein, Ja, mein Verstand, Will ich jetzt mal sagen, so, das Ding hier kommt weg, Das kommt dann, ne, da kommt dann normale Steine ran, Haben wir natürlich noch keine, muss ich dann später dann gucken, dass ich dann normale Steine habe, wieder irgendwie, So, hier kommt das Ding ran, da kommt dann, das Ding, Warte jetzt wieder lang ziehen, Achso, ich merke gerade, ähm, das soll ein bisschen überstehen, ne, also muss da, Äh, I hate you, ach, Okay, So, das wäre, achso, ich sehe, kann auch noch eins ran, Nein, kann nicht, doch, doch, kann auch noch, alter, ich bin der Herr, Dafür ist die Wolle eigentlich nicht gedacht, aber gut, Wer denn sonst nichts ist, kann man das machen, Äh, scheiße, ich muss gucken, Ja gut, meine Dinger gar nicht an, oder? Doch, hier ist ein, äh, echt, Müsste jetzt eins von dem weniger werden, Ah, doch, ja, okay, er greift drauf zu, Ich dachte schon, äh, wir cheaten uns jetzt hier alles, Aber, er greift doch, doch auf uns, aufs Inventar drauf zu, Gott, was ist heute los? Meine Sprache versagt, mein Hirn versagt, meins jetzt versagt, Das ist, äh, ja, Oh, wie ist heute der Wurm drin? Oh, meine W-Taste versagt auch, Oh, K1, hi, Okay, Hier komm ich von mir, ich von mir, ich von mir, ich von mir, ne, es geht hier nicht, das geht, ich, Ich, ich hole Sand, Das ist ja hier, Von all den guten Sachen, die man nicht machen sollte, ist das nur wirklich das, Schlimmste, Fuck, dann brauchen wir grad eh nicht, So, die Treppe eigentlich auch direkt, Da kommen wir eh nicht mehr hoch, Das hier haben wir hier auch extra diese eine Reihe offen lassen, äh, offen gehen lassen, Sonst würde es hier nämlich so eh nicht aussehen, So, jetzt müssen wir mal irgendwie hier, étas GREEN So, äh, 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 Ach, äh, äh, k hanno eck H, easy. Okay, reicht doch erst mal, nein, machen wir der nächste Folge weiter. Okay. Das ist mir jetzt erst mal, bis runter kommen Schau mit vor.